Kommentar Die Ewigkeit und der Heilige Geist in ein Kurs in Wundern. In ein Kurs in Wundern wird uns gelehrt, dass die Ewigkeit unser natürlicher Zustand ist, in dem wir eins mit Gott und in vollkommener Frieden sind. Das Ego jedoch hält uns in einer falschen Wahrnehmung der Zeit gefangen, die voller Ängste, Schuld und Gedanken der Trennung ist. Das Ego sieht die Zeit als etwas Lineares, mit einer Vergangenheit voller Bedauern und einer Zukunft, die Unsicherheit und Angst erzeugt. Das hält uns davon ab, die Wahrheit darüber zu erkennen, wer wir wirklich sind. Der Heilige Geist, unser Führer zur Wahrheit, hilft uns zu erkennen, dass die Ewigkeit nichts ist, das in einer fernen Zukunft geschieht oder das wir uns verdienen müssen. Die Ewigkeit ist der gegenwärtige Zustand, das Jetzt, in dem wir ewig unschuldig und vollkommen sind. Der einzige Unterschied ist, dass der Heilige Geist über die Illusionen des Egos hinausblickt und uns zu der Erkenntnis zurückführt, dass wir mit Gott vereint sind. Jedes Mal, wenn wir den Heiligen Geist in unser Bewusstsein einladen, wie wir es in dieser Meditation tun, entscheiden wir uns, das Denksystem des Egos loszulassen und das des Heiligen Geistes anzunehmen. Dieser Wandel in der Denkweise ist das wahre Wunder, auf das sich der Kurs bezieht. Ein Wechsel in der Wahrnehmung, von Angst zu Liebe, von Zeit zur Ewigkeit. Ein Kurs in Wundern erinnert uns daran, dass der Frieden und die Fülle, die wir suchen, nicht in der Zukunft liegen, sondern in der Erkenntnis unserer ewigen Natur, die immer bei uns war. Der Heilige Geist ist unser ständiger Erinnerer an diese Wahrheit und unser Begleiter auf dem Weg zurück nach Hause, zu Gott. Dieser Kommentar vertieft, wie ein Kurs in Wundern uns anleitet, die Zeit zu transzendieren und die Ewigkeit zu umarmen, indem wir ständig auf den Heiligen Geist hören, der uns an unsere wahre Natur erinnert und uns von den Illusionen des Egos befreit.